Es gibt hier eine alte Tradition, man weiss nicht, wo sie herkommt. Ein Teller zerschlagen und everybody gets Scherbe. So, Hannu, smash it and you grab the... Das muss nicht aufbrechen, das ist ein grosses Bett. Aber der Hannu, sonst ist es nicht mehr gesehen. Ah, alles klar, super, vielen Dank.